Dieses zum Kauf angebotene Mehrfamilienhaus befindet sich in Waldkreiburg. Das im Jahr 1972 erbaute Haus wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über drei Parkplätze. Auf einer Grundstücksfläche von circa 722 Quadratmetern weist das Gebäude eine Wohnfläche von circa 215 Quadratmetern auf. Das Haus steht für 345.000 Euro zum Verkauf. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Das Haus steht für 5.000 Euro zum Verkauf. Die Sendung wird vom WDR live untergebracht. Das Haus steht für 4.000 Euro zum Verkauf. Das Haus steht für 5.000 Euro zum Verkauf. Das Haus steht für 5.000 Euro zum Verkauf. Untertitelung des ZDF, 2020